Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein Video machen, um zu erklären, warum Sie die Batterie nicht abklemmen müssen, um einen Sensor zu wechseln, zum Beispiel den Nockenwellensensor, den Kurbelwellensensor, den Kernfeldsensor, der Sensor-Durchflussmesser, dies ist ein Püscher-HD-Motor, er startete gut wenn er kalt aber nicht warm war, er sprang nicht an. Ich wollte ihn bei heißem Motor starten und er sprang nicht an, er sprang nicht an, ich musste. Eine Weile warten, ich werde Ihnen einen Link hinterlassen, wie Sie es überprüfen können, da die Symptome eines Ausfalls des Nockenwellensensors sind. Ich habe ein Video, wie Sie es einfach ohne Maschine überprüfen können. Sensor, nun, Tatsache ist, dass dieser Mann ging, um den Nockenwellensensor für alle Fälle und die Kurbelwelle zu kaufen, und was er tat, war die Batterie abzuklemmen, was passierte. Fragezeichen als er sie zusammenbaute, setzte er sie ein, weil sich herausstellte, dass das Auto sprang nicht an, er wollte auch bei Kälte nicht mehr anspringen, und naja, er fing an zu basteln, hier, Kabel schneiden, mit dem Multimeter messen. Etc, etc, insgesamt konnte den Fehler nicht finden, was war der Fehler dieses Fahrzeugs? Genau das beim Abklemmen der Batterie beim Kauf der Sensoren, das Steuergerät wurde zurückgesetzt, also war das Problem, dass es einen Wegfahrsperrenfehler gab und das Auto die Schlüssel nicht mehr erkannte, und natürlich haben wir es in die Maschine gesteckt und der alte Fehler, dass das Fahrzeug rausgekommen war, ein Fehler mit dem Nockenwellensensor, der schon behoben war. Weil der Sensor gewechselt wurde, aber naja, dann mussten Kabel angeschlossen werden, natürlich, aber das Problem, was geblieben ist, das repariert werden musste, war der Ausfall der Wegfahrsperre, ok. Deswegen sage ich dir, wenn du tauschen musst oder willst, den Nockenwellensensor, oder Kurbelwelle oder Durchflussmesser, oder Sensorkarte, klemmen sie die Batterie nicht ab, sie müssen die Batterie nicht abklemmen, um einen diese Sensoren zu entfernen und einzusetzen, ok, dann lasse ich das Video dort, wenn es Ihnen geholfen hat, nicht vergessen Sie ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.